Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video und an dieser Stelle jetzt erstmal ein riesengroßes Dankeschön für über 50.000 Abonnenten, wie unfassbar schnell das in den letzten Wochen einfach gegangen ist. Mir fehlen da einfach echt die Worte und ich möchte einfach nochmal an dieser Stelle meinen größten Dank an euren Support aussprechen. Das ist einfach unfassbar nice, wenn man weiß, wie aktiv ihr einfach seid und das motiviert einen einfach jeden Tag immer wieder mehr aufs Neue, auf irgendwie krasse Gameplays zu gehen und so. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken und ja, heute werden wir einfach mal mit der LK9 spielen. Der Gustav hat ja gesagt, die Waffe soll relativ gut sein. Da habe ich mir natürlich auch schon eine Klasse zusammengebaut und zwar spiele ich hier die LK9 mit dem Schnellmagazin und Magazinerweiterung, wo ich die wunderschöne Magazinerweiterungsvariante am Start habe. Nachbrenner, flinke Hände, Plünderer und die Taktikmaske und dann noch ein C4 zur Absicherung und ja, ich bin echt gespannt, ob die Waffe hält, was Gustav so gesagt hat und in dem Sinne würde ich sagen, let's go. So, Hunted ist angesagt, ich bin ja mal gespannt hier. Ah, ey, also die LK9 soll ja recht gut sein, hat der Gustav ja gesagt und da habe ich mir gedacht, wer ist denn jetzt hier überhaupt in meinem Team, Alter? Es ist schon wieder so random, diese Lobbys in Black Ops 3, ich komme gar nicht klar, Mann. Das ist halt so broke und mal dieser Lobby-Bug, ich bin so froh, dass ich jetzt mal keinen habe und es jetzt einfach mal hier läuft. Ich werde jetzt, glaube ich, hier mal safe auf A gehen. Ich bin mal echt gespannt, ich wollte einfach mal heute so eine Runde mit der LK9 spielen, gucken, was damit so geht. Oder spielt einer L4 Siege, Alter, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er ja der beste Spieler damit. Okay, nice, haben wir schon mal ein easy gesnackt hier. Ich hoffe, mein Team kommt mit auf A. Alter, geh doch mal down. Der hat gar kein Wort, ne? Jetzt erst mal A hier nehmen. Alter, da ist ein Snipe. Er snipet mich, Alter. Oh mein Gott, wie gut er ist, ne? Okay, wir müssen safe erst mal B mitnehmen, damit ich hier auf jeden Fall einen Hater mal klar machen kann. Vielleicht geht's auf C, auf jeden Fall. Alter, ist der stark, ey. Ich finde, wie rot er mich gemacht hat, ne? Ah, der ist hier. Okay, nice. Erst mal C jetzt hier mitnehmen. Dann haben wir schon mal eine Drohne, das ist ja schon mal ganz gut. Alter, was macht er denn überhaupt, man? Er wollte so mit einer Nahkampfwaffe ankommen, oder was? Vielleicht geht's mal durch den Tunnel hier auf A. Ich denke mal, das ist ganz nice. Ja, Digger, rutsch doch halt noch vielleicht in mich rein, oder so. Hast du da vielleicht Lust zu? Okay, ein Assist ist ja schon mal ganz wichtig. Ist hier noch einer? Die sind da unten, glaube ich. Ey, der ist so weak, ne? Den werde ich mir so safe holen. Alles klar, jetzt haben wir Hater schon mal. Oh mein Gott, Alter, wie er hier reinkommt, man. Er ist absolut der beste Spieler aller Zeiten gewesen. Okay, ich stelle mal einen Energiekern hier, dann können die den ein bisschen geiern. Okay, Blutrünstig ist schon mal da. Ja, jagt mich doch mal vielleicht noch ein bisschen weniger. Alter. Mach mal einen Punkt, da oben ist einer drauf. Was wollte er denn abschießen? Okay, schon wieder kurz vor Drohnen, nice. Ich denke, ich gehe, glaube ich, mal jetzt durch den Tunnel. Alter, die ist ja auf Entfernung ein Biest sogar. Okay, jetzt mal hier schauen. Also bei C sind jetzt alle am Start, oder was? Hier kommt einer am Wallrun. Schon ein bisschen Angst vor dem. Okay, auf C geht jetzt einer. Nice. Okay, wir sind kurz vor Hater. Autoklettern, ne? Autoklettern ist auf jeden Fall das Beste in dem Spiel hier. Okay, es ist auf jeden Fall ganz ausgeglichen von den Teams her. Finde ich ganz nice. Ey, schon wieder hier, ich laufe nur noch A und C, oder was? Okay, auf A jetzt, wo sind die? Da ist einer, okay, den holen wir uns jetzt nicht. Den kriegen wir aber safe, oder? Nice. Oh, ich habe schon wieder Hater. Oh mein Gott, die sind alle hier auf A. Oh mein Gott, Alter, übertreib mal. Den kriegen wir auch noch, nice. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, die sind alle hier. Die wollen mich, die wollen mich, die wissen, dass ich da bin. Okay, Energie kennen erst mal raus, hier ist einer. Nice. Uiuiui, Alter, ist hier noch einer auf A? Ich glaube nicht, ne? Doch, der hinten ist AFK, die nehmen wir uns snacken. Oh mein Gott, okay, da sind zwei. Was geht überhaupt? Habe ich eigentlich schon irgendwie so Streaks mäßig? Ey, Digga, du musst auf mich warten hier, ne? Ey, selber, wir sind jetzt ein Team, du musst jetzt mit mir kooperieren. Bester Mann, ey. Okay, Drohne ist da. Ich glaube, 14er Streak oder 15er Streak haben wir sogar schon fast. Ich gehe jetzt mal wieder durch den Tunnel hier am besten. Okay, Kinetikrüstung habe ich natürlich auch. Okay, gut. Die habe ich natürlich mal safe eingesetzt, hier an der... Oh, oh! Okay, Scoopulos ist da. Hier kommt noch einer. Scheiße, man, der hat eine Granate. Oh mein Gott, ich habe wieder Hater? Sehr schön. Brauche ich natürlich erst mal raus, hier. Die werden eh wieder auf C. Komm, ich werfe da jetzt ein C4 hin. Die können sich da auf jeden Fall mit meinem C4 mal unterhalten. Ey, was? Ich mache nur ein Assist. Oder ich habe den nur angehittelt, ne, auf C? Ja, da sind einfach alle, glaube ich, bei C, ne? Ich hoffe, die kommen hier nicht lang. Digga, eher, ne? Okay, Energie kann ich erstmal hier reinstellen, bei C. Die sind immer noch alle hier, ne? Ne, ich bin zu lebensmüde, wenn ich da hingehe. Das mache ich nicht. Auf keinen, Alter, ich stehe 18-1, Digga, bin ich doof? Okay, gehen wir mal hier außen lang, mal gucken, was mein Team jetzt so... Ey, guck mal, die gehen jetzt auf meine Energie-Kern-Safe. Kann ich den Geiern jetzt, also den Typen kann ich gehören. Alter, hätte mich halt vielleicht noch ein bisschen mehr an. Ich habe so viel geschluckt, ne? Aber ich bin ja auch Battery. Battery schluckt halt am meisten. Nice. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall schwimmen gehen. Die Halbzeit möchte ich hier auf jeden Fall überleben. Jetzt erstmal hier ins Haus rein. Komm hier, kommen wir noch einen weg. Nice. Alter, unnachgiebig. What? Digga, mach mal hier keinen Miesen jetzt, ne? Bin kurz vor Hater wieder. Ich warte jetzt hier, wie das hier ohne vorbei geht. Okay, nice. Ey, wenn wir eine Nuklear jetzt mit der Waffe hier so random machen, ne? Ohne Witz. Erstmal gut halfschreiben hier. Alter. Digga, komm jetzt. Jetzt hier, komm. Come on, Alter. New Kids. Ja? Was schreibt der? Pussy Destroyer. Was ist ein Name, Alter? Level 16. Oh mein Gott, Alter. Jungs. Auf jeden Fall. Ey, guck mal, wir haben Dr. Steelhammer im Team. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Er ist jetzt reingekommen, um mich hier zu supporten. Digga. Die übertreiben halt schon wieder im Chat so übertrieben, ne? Ich glaube, ich muss mich auch demnächst mal umbenennen. Das ist nicht mehr normal. So, ich denke mal, Tunnel ist auf jeden Fall wieder safe. Die beste Idee, die ich machen kann, oder? Ich weiß nicht. Ich traue mich nicht, eigentlich. Komm schon. Kommt da jetzt einer? Ich bin alleine im Tunnel, ne? Ich glaube, ich traue mich jetzt hier außen lang zu springen. Da ist oben einer drauf. Okay, nice. Alter, bitte nicht in den Tunnel kommen jetzt hier. Jagt mich bitte jetzt nicht. Ich bin 10 Punkte vor dem scheiß Hater, Mann. Und auf 22er Streak bin ich auch noch. Hier ist einer im Tunnel. Ich habe den größten Seen. Okay, nice. Alter, wie die mich wollen. Okay, 24er Streak. Ich komme den auf A jetzt. So ist es halt. Ich komme den von hinten. Nice, okay. Wir sind auf Brutal. Ey, ich mache jetzt keinen Scheiß, ne? Ich werde jetzt einfach ganz easy durchspielen hier. Der kommt mit BRM lang. Okay, nice. 26er Streak. Energiekern ist auch raus. Ich nehme auf jeden... Wahrscheinlich zerstelle ich den Hater, ne? Okay, Drohne ist wieder da. Wir verlieren C. Keine, Alter. Ich gehe absolut in den Tunnel. Da ist einer. Okay. Okay. Alter, Digga. Okay, hier kommt auf jeden Fall noch einer. Habe ich das Gefühl. Der wäre mich ge... Okay. Auf jeden Fall erstmal ein C4 werfen. Ich weiß nicht, auf was ich bin. 27er oder was? Ich habe Alpha verloren. Er reinigt uns alle da weg oder was? Komm schon, dann gehen wir jetzt auf A. Ich hoffe nicht, dass die das bauen. Digga, was? Wir haben schon Nuklear? Alter, ich muss hier weg. Oh mein Gott, Alter. Was ist das für eine perfekte Runde? Mein Teammate macht auch jetzt noch einen Hater. Nice, den kriegen wir auch noch. Da unten ist noch einer. Alter, die LK9, Digga. Ich glaube es nicht, Alter. Und Gustav meinte noch so, die Waffe ist halt richtig, richtig stark. Und dann habe ich mir gedacht, ich spiele einfach mal damit. Alter, ich glaube das jetzt nicht, ne? Der ist hier noch? Den holen wir uns. Komm schon. Oh nein, jetzt haben die auch noch Raps bei mir im Team. Oh, aber zum Glück haben die die jetzt erst. Nicht, dass die Runde halt... Okay, geil, Alter. Digga, wie heftig die Waffe ist, ne? Okay, Hater erstmal raus. Hier ist noch einer. Komm doch. Hallöchen. So, Hater ist nochmal da. Ja, das ist natürlich jetzt belastend, dass er da einfach jetzt seine Raps und seinen Geist raushaut, ne? Aber machst du halt nichts. Komm, den holen wir jetzt hier noch weg. Ich gehe jetzt einfach auf Streak. Die auf A hier sind zu zweit. Komm, da hinten, er ist am Geiern. Läuft auf jeden Fall. Okay, hier kommt einer rein ins Haus. Den holen wir uns auch noch. Schade. Schokolade. Alter, jetzt ist ja hier alles am Eskalieren wieder, ne? Ich brauche mal wieder hier ein bisschen Munition. Hallo. Was? Wieso habe ich den nicht bekommen? Ey, das ist so nervig mit dem Donnergräuten. Alter, warum haut ihr denn alle Streaks raus? Aber ich kann jetzt schlecht schreiben, ne? Weil sonst, ich will jetzt hier auf jeden Fall nicht mehr sterben. Noch ein richtig geiles Tweak noch machen. Erstmal hier durchspringen, ganz waghalsig, ne? Die kriegen einen da eh nicht so schnell. Nice, den haben wir. Er hat nochmal Raps, ne? Will er mich jetzt hier komplett verarschen, oder was? Alter. Oh, ey, das hat perfekt gepostet von der Munition her. Okay, nice. Jetzt gehe ich nochmal auf C. Was ist das für eine geile Runde, man? Ey, das ist die perfekte Lobby hier gerade. Nein, ich glaube es nicht, man. Zu heftig. Ich nehme jetzt C noch ein. Komm schon. Der kommt jetzt eh hier auf C. Komm schon, zeig dich mal. Komm rum. Komm rum, Digga. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so heftig am Lecken ist. Ich habe... Ne, Mann. Alter, das... Das war der heftigste Leck, den ich jemals gesehen habe, Mann. Hallo? Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Granaten hier am Start. Habe ich nochmal einen C4, oder was? Komm mal her. Hier. Scheiße, das C4 hängt da ein bisschen doof. Die Runde wird jetzt zu Ende sein. Alter. Na, Digga. Was ist das denn hier für eine K... Ich komme nicht klar, Mann. Junge, Alter. 41 zu 1. Kann man auf jeden Fall mal stehen lassen. Die LK9 ist echt eine richtig krasse Waffe. Gustav hatte da schon recht, Mann. Ich habe das eigentlich nicht geglaubt, weil ich habe LK9 halt nie wirklich gespielt. Und... Yes. Alter. So heftig, Mann. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Gameplay jetzt hier einfach gefallen. Es hat so mega Spaß gemacht mit der Waffe. Guck mal, sie rastet natürlich nochmal richtig aus. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen guten Start ins Wochenende. Ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt, aber ansonsten safe am Sonntag. Ich spiele deine Klasse. Ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr auf jeden Fall auch gerne hier ein Abo dalassen. Ansonsten guckt euch einfach alte Videos an. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Start ins Wochenende. Haut rein. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.